Zählt die Zeit, Heiko? Zeit? Ne. Achso, die Zeit. Ja. Du musst bloß in meiner Nähe bleiben, wegen dem Fümmer. Nicht, dass du mir da auf den Sack gehen nenn. Besser. Komm, Digga. Ja, ja, deswegen bleib weg, bleib hier. Oh, ich hab noch was. 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 Ich speise mir drin erstmal. Weg und es weg. Also, 1, 2, 3, 4, 20. Perfekt. Na los, wie ich vor? Muss da dran für uns wieder. Ja. Jo, recht. Ja, ja, schön den Preis aufstellen. Jetzt halt den Podcasten verhalten. Warte! Das ist ein bisschen Roseling, aber... Hast du die Kamera an? Ja. Machst du noch mal die Regeln an? Welche Regeln? Einer steht hinter mir. Da sind alle hier. Dankeschön. So! Ihr werdet sehen, die haben laufen! Er hat gerade sein Ding verloren. Der musste dir schnell in einen anderen Flach zu holen. Hört ihr doch ein Stückchen nach rüber rutschen! Kommt's klar? Alles gut? Ja. Ja. Vielen Dank. HA 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 WITT Das war's. Die sind ja ja nicht so schlimm aus. Jungs, die Maske! Die Maske, bitte. Danke. Geil, oder? Hat Spaß gemacht, ja. War so schlimm, wie ich gesagt hab? Ja, war okay, aber. Schön. Danke, danke. Seid aber gut, die Randjungs. Aber gut, die Randjungs, sehr gut. Wo bist du denn hier unten, du Scheiße? Hahaha. Ein bisschen weh ist. Hey Mike, verstanden wir? Aua, Aua. War nicht schön. Die Schlimme, ja, aber komm jetzt erst. Ja, dann sind es für die bessere Vorbereitung da drauf. Oh, gut, dass die mitzupassen sind. Ich hab, hör dir schon mal die Klackern im Kopf. Hahaha. Aber hier haben wir am meisten getrunken. Ja. Der hat doch gestanden. Die Entfernung macht doch nur auf. Okay, essen. Du kommst! Ja. Ah!